So, heute bin ich am Bett. Ich möchte euch einmal den Rundweg zeigen. Auch ohne Kommentare. Ich muss nicht immer sprechen. So, hier bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine Insel von dreien. Es hat sogar vier jetzt. Dort ist noch eine kleine dort drinnen. Man muss etwas schneller laufen, sodass die Seite nicht zu lang wird. Dann wackelt es halt und schnell läuft. Noch einmal einen Blick zurück. Das ist ein Blick. 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 Das ist ein Blick.